Ja, wir hatten gerade den Workshop zum Thema Partizipation in Institutionen, wie man Top-Down-Strukturen verändert und ich bin immer noch total begeistert, wie toll der Workshop ankam. Also wir hatten eine total gemischte Gruppe, wir hatten Chefs, aber wir hatten auch die Angestellten und es war ein total toller Austausch. Und ja, sag mal du ganz kurz schon, Paul, wie ist dein Empfinden jetzt nach dem Workshop? Wie kam der an? Ja, also für mich war es wirklich ein großes Erlebnis, deswegen war es stark, weil alle, die da waren, sofort existenziell angesprochen worden sind. Sie haben gemerkt, jetzt geht es wirklich um Wichtiges, um Essentielles, um das Glück der Menschen. Also nicht die Vision, weil das Wort Vision ist zu diffus, aber es geht um uns. Wie werden wir glücklicher in dem Ort, wo wir arbeiten? Und sofort haben sie darauf angesprochen und haben natürlich auch sehr intensiv mit diesen verschiedenen Bedürfnissen beschäftigt und haben gemerkt, eine, hat sie es sogar gesagt, mit den Kärtchen werde ich verschiedene Instanzen ansprechen und sagen, ja, wie ist das bei euch? Wie können wir unsere Strukturen so schaffen, dass wir mehr von diesen Bedürfnissen befriedigen können, auch wenn das manchmal ganz angenehm ist, aber es ist immer eine Möglichkeit, das zu optimieren und das war für mich wirklich ein tolles Erlebnis. Ja, also ich fand auch, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und es war total schön zu sehen, wie gut es ankommt und das Feedback. Genau, und ja, auch die Ideen, die im Workshop entwickelt wurden, wie sie jetzt weiter damit arbeiten können, wie sie jetzt dieses Kärtchen einsetzen können in ihrer Arbeit und die Materialien von ihr. Genau, kriegen sie auch. Ja, und kriegen. Genau, und eine Frage war auch, was kann ich denn tun, damit ich selber nicht in meinen Top-Down zurückfalle? Das fand ich auch eine ganz spannende Frage, was man auch mit diesen Kärtchen und mit dem Konzept einfach, ja, machen kann. Ja, ganz, ganz erfreuliche Sache. Ich bedanke mich bei dir, weil du ja eine unglaubliche Dynamik hast und ich steige in deinen Baden und lasse mich da weiter treiben. Ja, und ich bedanke mich bei dir für dein tolles Konzept und natürlich an den Teilnehmern, alle, die teilgenommen haben, war eine tolle Gruppe heute. Ja. Ja.